Dieter Es gibt zwei verschiedene Strecken Orang ist cooler Es hat mich gerade verwehrt Was für miese Kurven Hat ich nicht gesehen Hier kann man doch umgehen oder? Sollte man das? Sollte man nicht Sollte man nicht? Sollte man nicht? Okay Ja dachte ich auch gerade, sollte man nicht? Okay Weil du über die Kurven springst Ja Wieso zeigt dir der Pfeil denn da? Ja, weil der nächste Schenken konnte Mich hat das aber auch hart verwirrt Oh Mann Boah Das ist so Das ist eine anstrengende Strecke Da muss ich echt konzentrieren Eigentlich bremst du auch direkt immer wenn du irgendwas nicht mehr siehst Ja Der hat ja auch so gebaut Dass es immer so aussieht als wenn du da weiter fahren musst Ja Ist zwar dann irgendwie nur 1,9 Kilometer lang aber Nein nicht da Nein nicht da Da war ein exklusives Fass Da habe ich auch noch mal Glück gehabt Nein Ja den Berg hoch gibt es noch sonst Oh nein Ist klar ne Ja Diesmal nehme ich die andere Strecke Oh was ist WTF fake Was? Nimm mal den rechten Weg Okay lieber nicht Toll jetzt wurde ich überholt wegen der Scheiße Wäre ich mal links geblieben Was war denn rechts? Ja da kommt auf einmal ein Baum Nein Oh was? Einfach Ja auf der Straße Fertig Oh nice Was ist das hier für ein Nebel? Rauch Der hatte letztens schon angefangen Ey auf der Game Strecke gibt es nur Engine Off Das ist doch Das ist doch nicht der echte Weg Ah fuck it Der Flash ist die dafür viel kürzer Boah der Rauch ist ja voll verwirrend Der McFly hat es auch probiert Ja ich dachte okay kann man probieren Ich kann ja bremsen bevor ich da hoch fliege Und dann nope mhm Das dachte ich mir auch Ja aber dadurch hat er jetzt den gelten Weg genommen Aber das glaube ich Manus weit vorne Nimm das erste steht hier gerade Ja aber ich glaube hier kannst du nicht so richtig viel drauf geben Ich glaube Manus ist länger schon gefahren jetzt mittlerweile Ich habe keine Ahnung Naja dafür kamen die Leute bei mir dir mehr zu sehen ne Auch mal neue Strecken Also Engine Off Die ganze Zeit kommt die Da oben fährt Manus Er ist genau über mir Lol Wir sind wieder bald an dem Fußball Ja Manus Wir sind super knapp Ey das ist vor dir gerade Ey wie siehst du das wegen Das ist brutal komisch Nein 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 Da hast du echt nix eingeblüht Nein Blöde Rampe Das mit dem Das in der zweiten Runde aber dieser Rauch losgeht war ganz cool Ja Also nochmal so ein klein bisschen Wenigstens hat sich die Map geändert Die Map ist auch wenn du sie kennst Dann ist sie nicht mehr so spektakulär Aber durch den Rauch Du hast dann halt doch so Oh ähm Wo muss ich lang Wie kannst du schneller sein Wie kannst du schneller sein Ich hab keine Ahnung Ich check es nicht Mehr als weh drücken kann ich nicht Kannst du weh fester drücken Ich hab dich die Tastatur drücken Rechts hoch Schigo Rechts hoch Schaffste doch Nur doch geradeaus Neun Neun Oder schaffste Sieben Ja Easy Oh ich bin auf Fehler gewonnen Ja du fährst Maxi auch noch rüberholt Hier Beide im Motor aus und plötzlich fährst du einfach schneller als ich Weiß ich nicht Von den Typen waren wir eigentlich nicht Gott sei Dank ist er wieder dabei Schreck Gespenst Hab ich den Röschen vermisst Merk mal das schnellste Gebrachts hat ihm nicht Na Weil du wieder gecheatet hast Es ist mit den Punkten so weit weg ey Das ist doch eine Kacke Ist das doch Du kannst immer noch Wenn du fünfmal erster wirst Sind es ja immer noch Fünf Points die du holen kannst So 75 Punkte sind noch drin So Oh GTA Wie mit Waffen Aber Aber können wir ohne rumballern machen? Ohne rumschießen Und ohne Impact Renate Soll ich zwei Runden machen? Ja Ja auf jeden Fall Also nur Ram Nicht schießen Nicht schießen Nur Ram Keine Waffen Sagste 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 Bitte Warte mal Vielleicht weißt du das oder irgendjemand von euch Wie schießt man mit dem fucking Controller? Ach Gott Warum willst du das wissen? Ist ja eh nicht Warum? Weil wenn wir Ja aber wenn wir sonst manchmal spielen Ich hab's bis heute nicht rausgefunden Ich weiß es nicht Ich steig dann immer aus glaub ich Oder so Fahrzeug verlierer Ja genau lass das Manos Auto mal nehmen bitte Verlierer Also wir nehmen den Verlierer Was? Mit V? Mit V Ey ihr seid echt Wasser Ich glaub dann werd ich auch auf Manos deswegen Das ist schon nicht mehr nett ne? Das ist schon nicht mehr nett ne? Das bist du ja Das ist echt nicht nett ja? Ohne Schieße Leute Sagste? Ohne Schieße Ohne Schieße Ohne Schieße Wenn er irgendwo sich gedreht hat Oh Warum ist man hier so lahm? Das ist ja hier mit Kontakten Das ist ja hier mit Kontakten Ich glaube hier im Auto Warum sind die alle schneller? Warum fliegt man Ohneine Ohneine Ich flieg vorbei Drei Röhren gibt es Fliege und Falle Oh Oh Gott die Bälle Komm Bälle Hallo Welche Röhren? Die Schwarze sieht doch schön aus Ok ab in die Das ist Motto aus Was ist mit den Waffen die man aufsammelt? Auch nicht Was ist mit den Waffen die man aufsammelt Manos? Ja die Raketen könnten eingesetzt werden Die Chico Was war das? Alter Woah What? Die kann doch nicht Die ist eckig Also die Rampe ist da komisch Ich weiß nicht wo ich bin Oh Ich muss zurücksitzen Was ist passiert hier? Oh Alter Kann man irgendwo oben rein fliegen Also Mitte ist scheiße Ich verlinke es Grün ist freundlich Gehts da lang Nee Keine Ahnung Das war die Die Rampe ist ähm Die Rampe ist eckig Also die ist nicht perfekt abgerundet Toll Oh shit Was ist das für ein geiler Abschuss Mit der Action Kamera Alter Nein Ich bin so verwehrt gerade hier Ha Wo geht's denn lang? Ich lande glaube ich falsch Bist du auf der Strecke fliegen, Maxi? Autsch Irgendwie schon Ich weiss nicht wo mein What? Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ich drehe mich in dem Wie kann ich denn noch vierter sein? Ich will jetzt ein Checkpoint Park glaube ich Nein 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 Oh shit Oh shit Oh man Oh Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ich bin rausgesprungen Ey das ist ein Scherz Ich wärst du ruhig gesetzt an diese drei Voren? Ja genau bin ich auch Was? Wir sind ganz hinten wieder Das musst du in einem durchschaffen Was? Ne, 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 ne Was ist das denn bitte? Oh shit Wie steu ich jetzt auf was? Wie geil du in der Luft ausgespielt? Ja aber da du das Problem war ja Das mir der Checkpoint nicht angezeigt wurde Ja Also bei mir hieß es der Checkpoint nicht Oh shit Ach so Doch hab ich schon Oh shit Aber ich muss trotzdem so weit zurück Oh shit Okay das wird hart Ey Das sind so... Jetzt kommt gleich ne harte Stelle Ähm Die sollen mal die... 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 Die Loopingse so richtig bauen Alter Das gibt's nicht Oh nein ich sehs gerade Ja Okay das ist mega blöd Ey ich schubst mich nicht in den Boost Neu Maxi schafft das direkt Äh Oh nein Oh mein Gott Ich fahr hier links rein Ich fahr da immer runter Ich fahr da immer runter Das ist richtig Keine Ahnung Ich fahr auch Mann Das sind zwei Runden ne Das ist doch nicht richtig Crazy wir sind falsch Ne ne Boah Wie könnte er falsch fahren Da gab's irgendwo so nen Weg nach links und er abgehört Ja Achso Doch da kann man durchfahren Ja Ja aber ob man da durchfahren sollte Alter Ich schaff das Ding nicht Maxi Geht nicht Nein 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 Ich weiß nicht ich bin einfach gerade aus und dann Das kann doch nicht sein Das ist doch was kann Ich nehm diesmal den grünen Ey aufsache hier liegen doch zu den hinteren Ey was ist das denn Nix Du wirst einfach schafft Molotow Cocktails Auf der grünen Strecke Was schaffst du denn nicht Kundran Der wurde an der... den Wallride Oh no Entschuldigung Chico Ja wohl danke Hab ich noch nie gesehen den Wallride Das kommt glaub... das kommt später Warte mal Seid ihr da links die Rohre abgebogen oder... Ja der Wallride ist... Du bist zu weit geflogen? Du kannst links abbiegen Ah ok Der Wallride ist eigentlich einfach Du musst den linken... du musst die genau so fahren wie sie angegeben ist Mittig Verstehst du? Ja und... Linker Reifen auf die linke Hälfte der Rampe Rechter Reifen auf die rechte Hälfte der Rampe Ich bin... oh 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 Und jetzt fahr 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 Oh oh fuck KONTRAD Dein Leben ist echt scheiße sein Danke Ich fahr jetzt vor Ich fahr jetzt KONTRAD Tschüss Alter Boah was ist denn hier los? Sachse schießt Leute ab Mit den Raketen aber glaub ich oder? Jojo Naja... ausgeschlichen bin ich nicht BADUS Hey Moment was macht die Kamera? Ah der Easy Wallride Nein Macht die Kamera? Adios Action Cam Kann man die scheiß Cam ausschalten? Mein Auto ist kaputt Das ist so vorgegangen Y gedrückt halten Ich krieg ein neues Also neu zurücksicht Neues Auto Oh boah Spoiler war Ich find das aber auch gut So Trials mäßige Strecken Alter Da oben am Looping fallen sie alle So lab 2 of 2 Let's go Aber da ist noch einer in der zweiten Runde Wissen das? Ist das der Freds? Ne ne ich bin grad das Ding durch Du bist Zweiter? Ich bin Zweiter ja Fahr doch! Weißt du gelandet Und wieder auf dem Wallride geschafft ich hier durch Oh scheiße Du bist schon auf dem Wallride schon wieder? Ich hab den grad nicht hier wieder geschafft Du überrundest du mich jetzt gleich Wobei vielleicht hab ich Hallo Ey Manus bist auch hier Max Gly ist also Erster geworden Ja Noch nicht Jetzt hat er mich überrundet Geh weg Max Gly Wow Und die Rampen in der Ecke Ja Sau geil Ja was das krasse ist Das einfach hier Du nicht mehr auf die Rammen drauffahren kannst Und dass dein Auto 1.000 Einzelteile zerfällt Ja lol Wer steht denn hier weg? Max Gly das war genial Boah wer ein traues Auto Oh das war ich Aber ich bin fertig Ja super Kann ich ja nichts dafür aber anziehen Ich hab mich leider fertig gemacht Du noch immer fädelt rounded Nein Da müssen wir doch mal den Manus zu Ja Ich bin ein sauber Der kleine Looping ist geil Alter wo fliege ich denn hin? Um zurücksetzen Das ist auf der Map so eingestellt. Mano ist zu weit? Warte. Lol, was? Ne, ne, das sieht nur so aus eigentlich, oder? Achso, okay. Sag ich nur so aus. Achso, weil da zwei Plattformen sind. Oh, Mac, zeigt ja auch, wie man die Ballride macht. Ich weiß, du hast das auch geschafft, aber ich kann immer das auch. Ich muss das einmal so abbremsen, weil die Stoppschilder gerade in der Mitte waren. Bin jetzt auch da. Schau dir gerade zu. Bin mal gespannt. Mal schauen, ob wir jetzt hier direkt einem durch. Erstmal gucken, wer da ist. Ja, die Stoppschilder kommen. Alter, nein, ich bin schon wieder einig. Die Stoppschilder kommen gar nicht ganz, bist du in die Mitte? Siehst du. Elegant. Hat doch schön gelandet. Ja, sehr schön. Aber Chigo müsste es auch geschafft haben. Chigo ist überholt. Ja, ja, Chigo ist zweite. Das zweite Mal Ballride habe ich im ersten durch. Guck mal, das sind so die Skillern-Maps. Da punkten Chigo und ich dann. Ja, können wir mal sehen, Freunde. Ecken im Boden ausweichen, dann kann ich. Meistens. Nein. Ich bleib noch dran. Nein, ich will hier nicht drauf. Boah, lol. Da fliegt er. Und Manu ist im Wald gelandet. Oh, oh. Er spielt unfair gespielt. Er spielt unfair. Ist das die zweite oder die dritte Map in dem Part? Glaub ich jetzt der zweite erst. Go Manus! Zieh rüber! Oh, lol. Der slided er. Der slided er. Der slided er. Wallride! Kommt der Wallride, Manus! Ja, aber. Ich fühle sie. Die Flakete jetzt! Tusch! Komm schon, nein! Komm, Manus! Go, go! Manus, go! Go, go! Power Manus! Oh, zieh, zieh! Nice! Und jetzt landet er und explodiert! Easy man, Junge! Oh, der Freezy holt keine Porten, das hab ich gehört! Ja, ich hab glaub ich. 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 Oh. Oh. Keine Funktion. Scheiße. Oh, der Freezy kommt da nicht runter. Oh, lol. Ziel. Was? Oh, Gott. Ihr beide da. Was macht Nia? Oh! 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 Ich hab' noch bald Lust da, der kommt los! What the heck, ey? Wohin' Mist! Beeil euch! Zehn Sekunden ist noch möglich! Ich hab' dir nicht. Dann krieg' ich nur ein guter Anteil de Point! Ich hab' dir nicht. Das ist die letzte Kurve! Nein! Oh! Scheiße! Ja! Oh! Was'n Schrecke, ey! War' nicht schlecht! Ja, ne? Dann, äh, guck' mal drauf! Oh! Oh! Wir haben noch eine, oder? Ich glaub' wir haben noch eine Strecke, die... Weil er sieht's nicht weiter. Aber das sehen wir gleich erst. Der McFly hat den silbernen James Bond Wagen. Tiger hat die schnellste Runde gefahren. Nice! Manus' die langsamste. Mhm! Ja, stimmt, eine kommt noch. Eine kommt noch grad. Und... Hat natürlich alle anderen da die ersten... ...Auffolger da bei Dalu echt zurückgeschlagen, ne? Durch die Nullpunkte. Was denn? Oh, guck' die Ahnung. Ja. Da hab' ich schon noch zehn mitgenommen. Okay, was haben wir? Wie heißt die? Der Biggest Wall... Der Biggest Wall-Ride. Oh, nee! Das ist ja genau die Strecke, die wir jetzt brauchen. Dann starte mal. Ja? Sieht aus. 3,3 Kilometer Wall-Ride. Sagst du welches Auto? Äh... Warte, ich hab' noch keine Auswahl. Jetzt... Äh... Wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen... Gibt nicht so viele. Ja, T20. T20. Oh, den hättlichsten. Ich kriege es auch. Ich wür' ihn auch nehmen. Ich nehm' ein Geschenk davon, von da heißt's mir egal. Der 811 war war schön. Ja. Puh! Hier in der Prairie. Auf geht's! Ein Kontakt! Das Biggest Wall-Ride ist ein... Ein Wall-Ride. Eine lange Wall-Ride. Zwei Kilometer nach oben. Aber es ist... Oh nein! Schaut euch das... Oh oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Und das musst du mit Eimer umlassen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich fahr auf dem Ding! Ja! Das mach ich jetzt! Ihr schummelt! Wir sind Katzen! Unwohl! Ich fahr hier oben drauf! Man kann hier nicht ordentlich fahren! Falsche Richtung? Ja, das wird wegen Checkpoint sein. Ich hab's auch schon nicht unter Kontrolle bekommen eben. Hast du das von mir gesehen, Shigo? Ja, du machst vor mir! Wunderschön! Hat einer den Wallride geschafft? Ja, Sachse und ich. Und durch. Ach, das ist Tatsache! Nur der Wallride! Nee, nee. Ich schaff den Wallride auch! Du fährst oben drauf! Ja, hab ich geschafft! Ja, hab ich geschafft! Ey, wo müssen wir dann... Danach geht's erstmal normale Landstraße und dann geht's wieder zurück! Boah, du selbst! Geht mir aber nicht anders! Ein bisschen durchgeschüttelt! Oh, wer ist mir da entgegen gekommen? Das geht da lang! So, den Wallride hab ich gemeistert! Ohne einmal auf der Rampe gewesen zu sein! Gibt's... Muss ich mir mal anschauen, was der Dado da gemacht hat, ey! Ich bin einfach auf dem Roten gefahren, also auf dem Block! Allein, dass das möglich ist! Aber der Wallride selbst wär schneller gewesen! Weil du da oben immer Hückel hast! Hückel? Hückel! Oder Kamelhückel! Nein! Mein Gott, ist die Pampa hier! Oh, nee! Oh, Sachse! Oh nein! Oh, da sind wir wieder... Am Wallride! Jupp! Ich glaube, da müssen wir nochmal hoch! Oder? Ja! Vorne fahren welche! Aber sind das jetzt die zurückgebliebenen? Wir kriegen ja gerade den... Nöööö! Die Rampe noch nicht hin, ey! Lol! Ja, komm, mach doch! Oh! Fuck! Ne! Okay! Ich bin wieder oben! Du bist wieder oben! Lernst jetzt! The biggest Wallride! Anders definiert, aber ja! Du musst ja keinen Wallride tun! Ich fahr auf der Wand! Er fährt auf der Wand! Aber der Sachse hat's geschafft, oder? Was? Das ist nur Checkpoint! Ich bin auch am Anfang! Oh, Freezy! Hi! Hi! Du bist doch schon wieder schneller! Ich check's nicht! Hast du irgendeine bessere Internetverbindung oder so? Keine Ahnung! Hat er nicht! Auf Auto! Oh! Oh! Der Wallride ist echt schwer, ey! Ich bin mal... Bei dem in der so falsche Richtung kommt, ey! Ja, das lenkt mich auch immer ab! Bist du, überholt mich hier jemand? Offiziell, glaube ich! Hängt mir da einer an der Wand! Ich bin siebender, ey! Checkpoint! Aber ich bin trotzdem nicht Erster! Da fliegen sie! Oh, irgendjemand ist ganz weit auf dem Berg gelandet oben! Oh, hallo! Oh! Hey! Zwei Leute von euch müssen den Wallrider schon geschafft haben! Ja, ja! Ich hab ihn geschafft! Ich hab ihn auch! Freezy und ich fahren gerade hin! Hier zurück zum Landestart waren! Aber Freezy fährt einfach davon, ey! Keine Ahnung! Du musst ein anderes Auto haben, ey! Da kommen die nächsten! Der eine ist das, ey! Oh, du bist ja gar nicht weit weg! Zu weit für dich! Hier kommt ja nix mehr! Facket! 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 Das stimmt! Hier kommt wirklich nix mehr! Ah, jetzt hat Freezy mich! Gön, aber alright! Du hast es geschafft! Ja, 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 ja! Oh, fuck! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein! Wie spawnen? Oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah, weil der Checkpoint in der Luft ist, Chivo! Ganz geil! Ja, aber du kannst einfach unten durchfahren, da ist ja ein Luft! Ja! Irgendwo? Vielleicht? Oh, 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 oh! Hallo! Auto, was ist denn mit dir? Du... Auto, was ist denn mit dir? Du hast dich überschlagen! Ich glaub nicht, dass das... Ja, aber ich konnte mich in der Luft durchdrehen, deswegen! Wieso? Da ist ja ein Zaun! Natürlich! Ich hab' immerhin gesagt, das haut' den Fick dich doch! Immerhin ins Ziel! Du musst komplett rechts außen rum, das ist das Frist! Keine Chance, wenn du da respawns! Aber Renni, du hast ja komplett... Über die Rampe! Über die Rampe! Du hast ja noch komplett verrissen! Du warst ja Erster die ganze Zeit! Ja, ja, aber er kann's halt nicht geklappt! Der erste Mal Wobel ist die Fall! Ich war so gut dabei! Wiss, ich krieg' immer nur noch 10 Euro! Ich hab' einen Punkt, ey! Da können die Leute aufholen! Nee! Ich war doch für siehut auf! Das stimmt! Warum kriegst du nur 10 Punkte? Weil ich dritter geworden bin, wieder! Ach so! Das find' aber trotzdem geil! Aber! Jetzt war's das, meine lieben Freunde! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Schaut mal in den anderen vorbei! Also unter der Videobeschreibung! Euer erstes Däumnis, wenn es euch gefallen hat! Bis dahin! Tschüss! 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 Tschüss!